Die kleine Hexie Open Air im Juni und im August. Hex. Hex. Extra Termine von der Tardot Reiniger im Juli. Und wegen dem großen Erfolg Teil 2. Ab August. Neue Fälle. Die Maria und der Mohammed. Eine Gesellschaftskomödie. Es geht um Asylpolitik, Menschenrechte und der Umgang mit dem Alter. Das Dschungelbuch spielen wir von November bis Dezember. Für groß und klein. Kommt alle vorbei in den Dschungel. Das sticht hier total. Kann ich jetzt wieder raus? Ach, Mann. Zärtliche Matschus. Eine Komödie. Im Januar 2022. Hallo, da. Rain Man. Nach dem Kinofilm. Im Februar 2022 im Kleinen Hoftheater. Die Maria und der Juden. Die Maria und der Weized. Misery. Nach einem Roman von Stephen King. Im April 2022. Im April 2022.